Bin ich bei denen auch gestorben? Ja, einmal. Das ist auf jeden Fall einer der Bossen, den ich auch noch kenne, deswegen. Oder bevor du den gemacht hast, vor drei Wochen? Kann das hinkommen? Ja, drei Wochen kommt gut hin. Äh... Äh... Ähm... 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 Ich hab's aber nicht davon, ne? Doch. Siehst du doch. Oh mein Gott. Weißt du das? Weiß ich nicht. Dummheiten waren das. Gut. Gut, dass du's bestätigst. Hat man nur Dummheiten. Ich wollte eigentlich fast springen und rüberspringen, aber ich hab immer so die Wave abgewartet, wie ich so... meinen Ansporn hatte zu springen. Du hast die Wave abgewartet? Die Wave. Die Wave? Die Wave des Todes? Boah, das ist ein knuspriger Schnitzel. Geil. Nein, ich würde keinen Schnitzel nehmen bei Essen. Niemals. Nein. Tschüss. Nein! Fuck! Ich bin zu früh gesprungen. Ne. Toll, jetzt muss ich wieder an der Seite legen. Ach mann. Fress doch nicht. Ja was ist denn? Ganz ehrlich, für was sind Aufnahmen, wenn der andere nicht dran ist, für was sind die gut? Für Dummheiten? Ich will dich doch nicht immer ablenken. Machst du aber gerne. Nee. Nein. 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 Er paut mich schon wieder. Du doch nicht. Ganz ehrlich, ich möchte auch mal, dass du das Level schaffst. Habe ich doch bis jetzt an dauernd geschafft. Noch ein paar Versuchen aber. Bis mal richtig. Eigentlich relativ viele, ne? Kann das sein? Heute habe ich relativ viel hier geschafft. Bis jetzt. Ja. Was ein Wunder ist. Fressack. Nö. Nö. Du hast ein ganzes Level geschafft. Nein! Boah, da ist Kinder. Verdammte Scheiße ey. Verdammte Scheiße ey. Fack. Verkackt. Drück mal weit. Hallo. Geht doch. Krotz in die andere Richtung. Ja, fein machst du das. Freue ich wie lecker. wusste ich dass noch eine runde kommt und fix so langsam auch hundig jetzt macht das drei meine machte das macht das nicht auch einmal mit wechsel aber macht er ja nicht danke geschafft meine katastrophe mein gott hast du das level machst du beim anderen auch gesagt ich habe alle level hier kann man zeit auf einigen jetzt bist du nicht zu weit geflogen hier war das so richtig knapp abgemessen dass du es gerade so schaffen kannst wow das hast du gleich oben ran geschafft wirst du seine nase schon da lunzen ja ja ich habe auch das schild schon gesehen von ihm sein mülldeckel sein tonnendeckel lol du hältst da an du bist so ein wix spiel ne ich schaff das level du schaffst das auch weißt du warum ich das mache damit ich dich ein bisschen ansporn ja ja kannst mich mal am arsch lecken ganz gewaltig dreimal ja ja ok ja ok bin satt das gute dass du ja nicht gemerkt hast das kann ich dir jetzt sagen dass ich bei deinem kampf mich einfach gemütet habe einfach schön lecker gegessen habe habe ich mir schon gedacht aber hat ja geholfen jetzt müssen wir mal kurz mein nase camp putzen ich habe jetzt nämlich doppel muten doppel muten ja klar sonst hörst du doch mein geräusch mensch jetzt hört er mich muss ja wieder beide knapp jetzt jetzt bist du behindert 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 torbuski torwurzki torwurzki torbuurzki p số aber holt er das ding doch dahinten lap 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 lapap w где geh doch Damas Kling wie war ich gerade zu blöd dazu ach gar nicht immer halt die frässe hast du was gesagt du frästchopf nö Das ist Fresskopf, wer würde denn den fressen? Ich esse. Okay, hab ich mir auf jeden Fall gemerkt. War ja auch so einfach. Ja. Ja, extrem einfach. Guck dir der Profi wieder raus. Ich glaub, einer fehlt nur, ne? Mir. Ah, fehlen ja mehrere. Hm? Gibt ja auch noch Geheime. Ja, ich mein die, die ich kenn. Ja, die du kennst, hast du. Ne, da war ja nix. Ne, der kommt später. Da wollte der bei irgendwas noch. Halt sie auch noch was frei. Yay! Snow Whitey K3 Bin ich auch da, wo der Affen war. Ja, war... Nur ein... Ja! War hier nicht irgendwo was? Kannst du auf andern Seite runterfliegen. Ja. Schade. Wolltest du wieder nur Bananen haben? Ja. Klar. Du brauchst doch, dass da irgendwas war. Das Level ist so herrlich. Ich könnte ein ganzes Donkey Kong spielen, nur mit den Dingern spielen. Ja, sagst du jetzt. Nein! Das ist das... Für dich jetzt nicht, hat Kachbuben gemacht. Ich finde, so Level die Hang und auch Schnelligkeit sind, finde ich gar nicht mal schlecht. Zu den nervigen Level. Das sind scheiß Level. Dass du nervig bist, weiß ich. Ja, komm, ich bin immer nett zu dir. Jetzt! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich nicht. Fuck. Ey, wo bist du nicht da lang gesprungen? Ich wollte jetzt mal ein Style ran. Ey, jetzt auch noch rumdrücken können. Naja. Wir wollten sie aber nicht festhalten, speichern. Oh, alle mit Lila? Naomi, sie hat schicke, frische Turnschuhe und eine Frisur sieht heiß aus. Heiß, heiß. Baby. Hast du normal auch nochmal gespeichert?